Yo Leute, was geht ab? Über am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ihr seht schon am Titel. Wir zogen heute mal Heide and Seek in Fortnite zusammen mit Alphastein. Was geht ab? Ja! Zusammen mit Jojo, was geht's? Wie geht's euch? Und zusammen mit Zeville. Tomate auf deinen Kopf! Zeig Tomate auf deinen Kopf! Du triffst nicht. Du triffst nicht mal. Oh mein Gott, Leute. Und ihr seht schon, wir sind hier heute im Wikingerdorf unterwegs und machen jetzt hier einfach mal eine ganz gediegene Runde Heide and Seek. Ist Jojos das erste Mal suchen, verstecken? Ich hab gehört, du hast schon die heftigsten Verstecke hier rausgesucht, oder? Ja, Digga. Safe. Aber ich muss sagen, ich hab damals in Call of Duty suchen, verstecken gemacht, Digga. Aber so ein Fortnite-Dorf-Nin ist wirklich Entwürferung. Wir machen das jetzt mal hier in Fortnite. Und ich würde sagen, Leute, ich suche als allererstes. Ihr dürft ihr jetzt verstecken. Ich geh mal ein bisschen weg hier. Und dann zähle ich jetzt, oder ich würde sagen, bei 51, also bei der Zeit, fangen wir instant an. Ich komme direkt euch suchen. Seid ihr ready? Yeah! Dann versteckt euch in 3, 2, 1, go. Leute, falls ihr euch keine Wunder habt, heute hier schick im Polo-Leibend unterwegs. Ich geh nämlich gleich noch auf den Geburtstag. Okay. Ja. Ich suche mir überhaupt damit einversteigen. So, Leute, ihr habt noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Und los geht's. Ich komme euch jetzt suchen. Und es gibt ja auch noch Joker-Leute. Das kennt ihr von den ganzen anderen Folgen. Ich kann jedem von euch einmal sagen, tanzen bitte. Und wenn ich dann irgendwie in der Nähe bin, dann höre ich euch. So, ich gucke mal, hier in der großen Scheune muss eigentlich einer sein. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da keiner ist. Und wir gehen direkt... Egal, ob du mich direkt findest. Wir gehen direkt... Oh, diese... Oh, nein. So, warte mal. Mal kurz gucken. Okay, da ganz oben ist schon mal keiner. Hier ist auch niemand. Wir nehmen mal die Shotgun mit, Leute. Damit wir die... Wenn wir jemanden finden, direkt abklatschen können. Oh, Mann. Ich tanze die ganze Zeit. Warum ist da eine Treppe im Baum? Hä? Wer hat die Treppe beim Baum hingemacht? Ich weiß ja nicht. Aber gebaut werden durfte jetzt, ne? Ja, ja. Ja, eigentlich nicht. Oh, wie? Hä, natürlich. Ja, okay. Die Runde ist mitbaut. Digga, das Wort nicht gesagt. Ja, alles gut. Warte mal. Ey. Ganz kurz. Bitte nicht. So, erstmal hier gucken. Nicht dein Ernst. Was denkt ihr? Ist unter diesen Pyramiden vielleicht jemand? Wir gucken einfach mal nach. So, keiner. Wenn jetzt hier wirklich keiner ist, dann raste ich aus. Dann nehme ich mich verarschen. Ich hier halbe Stunde abbau und dann da niemand ist. Warum lachst du so? Leute, Jojo, muss hier irgendwo sein. Einfach Heidens Sieg mit Bauen. Was für Bauen? Klar mit Bauen. Oh, warte mal. Wir gehen einfach der Spur nach. Spur nach. Wow. Ich wäre fast runtergefallen. Jojo, warte. Was ist? Ey, das ist so behindert. Jojo. Wo bist du denn? Hör mal auf, dich die ganze Zeit frech zu lachen. Hey, das Ding ist, ich habe ja wirklich alle abgebaut. Außer dies. Ich habe jede abgebaut. Und die als letztes. Das habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht. Ich denke so, wann findet er mich denn? Oh mein Gott. Ja, du, dann würde ich sagen, hau rein. Wir sehen uns. So, weiter geht's mit dem nächsten Junge. Was war das denn für ein Versteck? Hat noch einer von euch gebaut? Nee, oder? Nee. Außer halt diese Treppen vorhin, aber da war ja niemand bei dem Baum da. Okay. So, wir gucken mal direkt weiter hier auf hier oben. Aber ich wusste das nicht, dass man dich bauen darf. Das Ding ist, Jojo. Ich bin ein Kobold. Überleg mal, wo gehen Kobolde hin? Hä? Wo gehen Kobolde hin? Siehst du irgendwo einen Regenbogen? Yeah. Hey, mal ohne Scheiß. Aber hier war ich gerade schon, Jojo. Das Ding ist, ich wette, die sitzen in Bäumen oder sowas. Du warst doch vorhin auf dem Baum. Da ist niemand. Ja, man Jojo, Stau-Taktik. Ja, Jojo, Hammer-mäßig hier. Du kannst doch nicht Sky-Packen. Digga, der sieht uns so safe. Wir machen es jetzt ganz einfach. Seville? Ja? Tanzen, bitte. Alles klar, Digga. Nochmal. Ja, tanz mal. Hab. Hä? Ich tanze noch immer. Jetzt reicht es aber. Jetzt kann ich nicht mehr was her. Warte mal, warte mal. Hey, nein. Hast du ihn, Jojo? Nein. Ich habe nämlich gerade... Nein, nein, nein. Ich habe eine Tomate gehört. Okay, noch eine Tomate? Wir dürfen nicht alles komplett abbauen. Hey, ja. Hast du ihn gefunden? Nein, habe ich nicht. Hä, sicher? Hä, wo seid ihr denn? Ihr könnt doch nicht so kurz ein Versteck hier haben. Also, ich sage es so, komm. Ha, gefunden. Alpha Stein. Oh, shit. Digga, was geht? Oh, mein Gott, Digga. Das Versteck war richtig gut. Okay, du musst jetzt auch helfen, Seville zu finden. Wo ist er denn? Das kann doch nicht sein. Weißt du, wo er ist? Okay, steig mal auf. Alpha Stein, hör auf. Nichts. Alpha, hör auf. Hä, natürlich. Erst mal aufhören. Doch, jeder darf helfen. Das ist übel unfair. Ja, der ist wohl, Alter. Was, hier? Der ist hier nicht. Also, ihr könnt doch mal einen Joker einsetzen, wenn ihr wollt, ne? Seville, tanzen. Ich tanze. Hä? Hast du nicht gesagt, du weißt wo? Hehe. Alpha ist auf meiner Seite, Junge. Aber jetzt mal ohne Witz. Hä, wo ist der denn? Soll ich tanzen? Ja. Ey, das gibt's nicht. Als ob wir den nicht finden, Leute. Hab getanzt. Tanzt nochmal. Tanz nochmal. Tanzen. Ey, okay, ich tanze. Hab getanzt. Bin ich behindert? Hä, warum findet ihr mich denn nicht? Ich wüsste, du. Okay, ich geb euch nen Tipp, ja? Du warst doch vorhin bei Treppen, wo hochgebaut ist, auf dem Baum. Mhm. Guck mal da nochmal. Wart mal. Nicht, dass ich jetzt an ihr vorbeigerannt bin. Ja, das war's komplett. Oh mein Gott. Ey, da warst du aber nicht eben. Da warst du aber nicht eben. Pass auf, ich sag dir, was war. Du hast ja, du bist hochgekommen. Ja. Durch die Treppen. Ich war auf dem Baum schon drauf. Dann bin ich außenrum, wo du oben warst, dann war ich hinter dem Baum. Und da bin ich runtergesprungen und du bist hier an mir vorbeigelaufen dann. Das darf man nicht, Digga. Okay, Leute, die erste Runde geht eigentlich an Zevil, weil ich hab dich ja eigentlich nicht gefunden. Nur weil du es jetzt am Ende gesagt hast. Und deswegen würde ich sagen, komm, let's go. Du darfst jetzt auch mal suchen. Und wir verstecken uns jetzt die Runde. Und ich hab schon ein Über-Babber-Versteck. Aber ich weiß nicht, ob das so klappt. Ich bin mal gespannt. Ihr habt eine Minute Zeit, ne? Okay, genau bei 38 kannst du suchen kommen. Ja, alles klappt. Oh mein Gott, Digga. Guck mal ganz kurz. Ich hab das nämlich mal gesehen, dass das klappt. Ne, das klappt nicht. Hä? Warte noch kurz. Alles cool, bei 38. Nix bei 38. Hä? Hast du doch selber gestern geklappt. Oh mein Gott, ja, ich bin gerade aber gefallen. Egal, okay, bin ready. Okay, dann mach ich noch fünf Sekunden. Fünf. Oh mein Gott. Leute, wir werden so sterben hier. Eins. Wenn ich gefange mich, der wird gefangen. Ich komm. Ja. Ja, hier ist die, Uwe. Oh shit, Digga. Ja, also ich glaube, ich hab mir ja eine Vermutung, dass du lieber Lukas, hier irgendwo der Scheune drin ist. Okay, der Scheune ist schon mal niemand. Eie, wer schießt denn da? Oha, ich hab voll die Schüsse gehört. Ja, ich wollte ein bisschen flexen. Ja, gut, du hast dich schon verraten. Nö. Null. Hä? 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 Hä, what the fuck? Aber ich darf hochbauen, ne? Ne, 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 ne. Hä, wie? Nix. Du darfst auch nicht bauen. Aber abbauen? Nö, auch nicht offiziell. Aber ein bisschen. Ein bisschen unoffiziell. Ja, auch wenn du gerade die Wand da abgebaut hast. Ey, aber was? Digga, ihr seid da oben. Nein, ey. Natürlich. Darf man nicht, da oben darf man nicht. By the way, Leute, die Runde jetzt ist komplett ohne Bauen. Kein Bauen und nix. Jetzt kannst du dich umdrehen. Und auch nicht bewegen. Ja, toll. Ich hab kein Team gewechselt. Egal. Du bist tot. Egal. Let's go, weiter geht's. Okay, Jojo kann mir jetzt auch helfen. Okay. Beim, äh, beim Suchen. Das Ding ist, ey Jungs. Ich hab das dümmste Versteck, was man haben kann. Ja, dich find ich jetzt auch noch. Wirklich. Aber ey. Findet keiner. Ich glaub. Ey, lass dich. Alpha, das ist nicht dein Ernst. Alpha Stein, das ist nicht. Alpha. Du bist tot. Ich, ich kann dich nicht killen. Du bist tot, Alpha. Okay, Alpha ist auch speziell gefunden. Alpha wurde gefunden. Äh, Alpha kann mir auch helfen. Dann such jetzt einfach mal. Warte. Weißt du, wo ich glaub, wo Lukas ist? Was denkst du? Ey, babe. Irgendwo hier unten. Hier unten. Irgendwo hier unten. Irgendwo hier unten. Irgendwo hier unten. Ich muss tanzen. Okay, und los. Ihr müsst hier irgendwo sein. Ich hab doch die Schüssel von ihm hier gehört. Ah, ich meinst wo. Da. Da wollte ich mich auch erstmal stecken. Hinter dem Stein, Digga. In welchem Stein? Safe hier. Da unten ist er. Ja, bitte, 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 bitte. Let's go. Ey, wo waren wir? Das müssen wir zeigen. Ey, das Ding ist, guck mal. Hier war der. Nein, nein, da war ich gar nicht. Ich war hier. Hier hinterm Stein hab ich gestanden. Da bist du runtergegangen. Ja, und dann bin ich schnell da in diese Ecke. Da, wo Giorgio war in der Nähe. Seville, guck mal. Du hast hier die Wand abgebaut, ne? Hier hast du abgebaut. Und ich. Ich stand hier. Laber nicht. Ja, Digga. Und er sieht mich nicht. Oh mein Gott. Leute, ich würd mal sagen, wenn euch das Video heute gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut mal den ganzen Jungs vorbei. Bei Giorgio, Alphastein und bei Seville. Und dann würd ich sagen, warum wirfst du mir Tomaten die ganze Zeit auf mich? Tschüss. Guck mal, merkst du, dass du nicht einen einzigen treffst? Hä, ich treff mich. Guck mal, was ist das für ein Bug? Von der Entfernung. Oh, getroffen. Egal. Haut rein, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.